Klasse gemacht, da ist er frei und das ist das 1 zu 0, das ist das 1 zu 0 für die Gastgeber. Wunderbares Ding, geschossen hat, wenn ich das richtig gesehen habe, mit der Nummer 18, Rodolphe Duala. Vorausgegangen eine herrliche Einzelleistung auf der linken Seite, der überlegene Pass, das ist noch nicht das Thema, was hier los ist. Offiziell, 40.000 haben hier Platz, aber das sind mit Sicherheit ein paar tausend mehr. 1 zu 0 für die Gastgeber, Start nach Maas. Tarikel Seid, hat morgen Geburtstag, wird 27. Und das ist das 1 zu 1, da wird ein Abseits moniert, aber der Treffer zählt. Und jetzt ist Katerstimmung auf den Rängen. Das ist genau die Situation, die ich angesprochen habe. Kamerun hat sich zu sehr darauf verlassen, hier dieses 1 zu 0 nach Hause zu schaukeln. Und dann war es Mohamed Schafki, glaube ich, Mr. Zuverlässig, der Mann, der alle neun WM-Qualifikationspartien bisher gespielt hat. Der hier den hochverdienten und überfälligen Ausgleich besorgt, das muss man so sagen. Song kann die Kugel nicht klären. Dann missglückter Räumungsversuch. Ahmed Hoslan einfach hoch hinein. Hinten fühlt sich niemand verantwortlich für den heranfliegenden Mohamed Schafki. Und es steht 1 zu 1. Der Kilometer wollte Salomon Olembe haben. Provozierend lang den Ball gehalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Song jetzt die Verantwortung übernimmt. Hier haben wir die Auflösung. Olembe. Olembe. Da wird er wahrscheinlich berührt vom 19er, von Amrzaki. Junge, Junge, Junge. In der vierten Minute der Nachspielzeit. Hier gibt er, tut mir leid. Und Schiedsrichter Koulibaly wird ein sehr unbeliebter Mann sein. Bei den Pharaonen. Pierre Vomé von Inter Mailand. 61. Länderspiel. Das ist nicht zu glauben. Wenn es etwas wie einen Fußballgott gibt, dann ist er heute mit sich... 2. 2. 3. 3. 7. 5. 8.